Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 37.400 US-Dollar, wenig Veränderung, wir sehen schon, also es hat sich im Gegensatz zu gestern eigentlich fast gar nichts verändert, deswegen wird es ein relativ kurzes Update. Trotzdem, möglicherweise heute nochmal eine kleine Long-Position probieren, wenn ja, wo gehen wir rein? Können wir möglicherweise auch bei Ethereum eine Long-Position probieren, auch das werden wir uns natürlich heute im Laufe des Videos jetzt erstmal mal anschauen. Und ansonsten, Stock-Indizes machen heute wieder auf, es ist Black Friday, also es sollte heute trotzdem ein bisschen ruhigerer Tag werden, weil auch die Stock-Indizes, denke ich, heute keinen signifikanten Move mehr nach unten, ober und nach oben hin machen sollten. News-Technisch auch sehr, sehr ruhig, wir bleiben auf jeden Fall dran. Bevor wir wieder starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem auch gerne, wie gesagt, in die Talk-Gruppe reinkommt dort, wenn ihr jederzeit Fragen habt oder sonstiges, werden die euch da drin beantwortet. Und ja, genau, dann war es das von der Seite und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse, 37.400 US-Dollar. Aber die Ineffizienz von gestern wurde nicht gefüllt, das war ja der Punkt, wo wir gestern darüber gesprochen haben, ja, da eben mit einerseits unserer Ineffizienz, da natürlich unsere Vector-Candle und natürlich unsere Psi-Range, die sich letztes Wochenende gebildet hat, die wurde gestern nicht mehr abgeholt. Das heißt, wir haben immer noch so ein kleines Gap, was mir ehrlicherweise nicht so wirklich gut gefällt. Das ging dann zwar gestern runter, nochmal Richtung 36.800 US-Dollar, aber eben nicht mal ans 0,5er und das war ja eigentlich so unser Preisziel. 36.750 war eigentlich Long-Position geplant und da bin ich auch weiterhin eher akkord mit, dass wir hier nochmal runtergehen und dann nochmal ein Lead-Up nach oben hin versuchen. Ihr seht schon, ich habe die eine Linie jetzt mal weggemacht. Wir befinden uns in einem deutlichen Aufwärtstrend-Kanal, das ist klar. Liquidität liegt hier oben noch genug in diesem Bereich um 38.000 bis 38.200 US-Dollar. Also das ist auch momentan das Beste der Gefühle, dass wir hier nochmal hochgehen und dann kommt es natürlich darauf an, ein Stunden, vier Stunden Close darüber. Absolut Bullish und 40.000 oder über 40.000 US-Dollar sind weiterhin im Bereich des Möglichen. Ansonsten sollten wir hier oben dann rejected werden oder ein tieferes Hoch einfach nochmal bilden. Und dann bin ich hier eindeutig erst einmal auf der bearish-Seite. Aber wie gesagt, Long-Position ist jetzt erstmal hier unten geplant bei eben diesen 36.750. Ich würde die Ineffizienz gerne schließen, ich würde gerne die Vector-Kandle schließen und ich würde ja dann das 0,5er auch gerne hier in diesem Preisbereich einfach sehen. Stop-Loss müssen wir da mal gucken, wahrscheinlich unter das Golden Pocket wird dieser dann kommen. Da hätten wir so einen Risk von 1%, finde ich absolut im Bereich des Möglichen. Liquidität könnte hier ein bisschen das Problem sein, dass wir sogar noch ein bisschen tiefer müssen, auf 1,4%, 36.200 US-Dollar, weil wie gesagt, hier unten haben wir noch ein bisschen ein kleines Liquiditäts-Cluster, wo hier unten eben eine Menge Stop-Loss liegen sollten. Darauf müssen wir uns natürlich vorbereiten, deswegen wäre das dann so dieser nächste Step. Gehen wir mal ganz kurz in den Daily-Time-Frame, da haben wir lange nicht mehr drauf geguckt. Da sehen wir auch, okay, RSI geht langsam deutlich, deutlich nach unten. Wir haben keine wirkliche signifikante Bearish Divergence mehr. Also seht ihr hier, wir haben bisher noch kein höheres Hoch hier reinbekommen in den letzten Tagen. Das heißt, alles hier spricht noch dafür, dass wir nochmal eben dieses letzte Leg-Up kriegen, bevor wir dann eben eine größere Korrektur sehen. Trendkanal, alles noch schön und gut. Bull Flag, würde ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht behaupten, ist einfach ein aufsteigender Kanal, der aber wie gesagt das Potenzial auf 40.000 US-Dollar hat. Ansonsten gibt es derzeit einfach weniger zu berichten bei Bitcoin, ETF-Zulassung ist weiterhin so ein bisschen im Hintergrund. Wie gesagt, wir hatten Grayscale, wir hatten BlackRock, was einfach im Hintergrund ein bisschen mit der SEC gesprochen wurde. Es ist noch nicht ganz vom Tisch, ob das heute wirklich kommt zum Black Friday, warten wir erst einmal ab. Mal ein ganz kurzer Blick auf die Stock-Indizie, seht ihr hier absolut weiterhin am Limit. Es hat sich hier überhaupt nichts getan, die Bearish Divergence staut sich hier nur immer weiter auf beim Nasdaq, beim S&P 500. Auch der Euro können wir mal ganz kurz reinblicken, wie es da aussieht. Position weiter abgeholt, Stop-Loss ist Entry, also auch hier, ihr seht, es ist nichts los im Markt. Weder bei den Stocks, weder bei Krypto, noch bei den Forex-Märkten. Gehen wir rüber zu Ethereum, wie sieht es dort aus? Auch hier ist es leider nicht mehr irgendwie dazu gekommen, dass wir irgendwie unsere Position derzeit nochmal aufbauen können. Ihr seht hier, FIP-Level genau 1 zu 1, wie es gestern gezogen war. Ich erwarte hier trotzdem immer noch dieses kleine Lack-Up nach unten, mindestens Richtung 0,5er oder sogar hier in Richtung Golden Pocket. Ihr seht hier immer noch diese Downtrend-Linie, hätte ich gerne einfach diese Bestätigung, um dann, sage ich mal, die Reisen zumindest so bis 2130 oder 2145 hier hoch zu ziehen. Das ist weiterhin die Analyse, da hat sich, wie gesagt, auch zu gestern wenig geändert. Wir schauen mal ganz kurz noch auf den Daily-Time-Frame. Sehen wir, okay. Sehr, sehr schönes impulsives Breakout. Erstes Mal Daily-Candle über diesen Preisbereich geschlossen, also alles Bullish. Jetzt noch ein Retest, würde wirklich sehr, sehr gut dazu eben passen. Also es liegt schon sehr, sehr viel Momentum eben an diesen Stellen, die wir jetzt drüber gesprochen haben. Vector Candles haben wir im 1-Stunden-Chart, wie gesagt, auch gestern darüber gesprochen, dass diese Zonen hier unten interessant werden sollten. So um das 0,5er bis zum Golden Pocket. Also auch hier ist alles beim Gleichen geblieben. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, brauchen wir es nicht länger in die Länge ziehen. Es kommt später noch, es ist ja Freitag, kleines XRP-Update-Video. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Genießt ein bisschen den Black Friday. Denkt an Trading View, wenn ihr es noch kaufen wollt. Ich glaube, das gilt auch nur noch heute. Kriegt ihr ordentlich Rabatte. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, lasst euch nicht abzocken bei Black Friday. Sucht euch gute Sachen raus. Und wir hoffen nicht auf einen Black Friday am Kryptomarkt. Wobei, so ein bisschen Prozente wären eigentlich gar nicht so verkehrt. Jetzt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr? Hoch, runter, seitwärts. Es passiert einfach nichts. Gerne mal reinschreiben. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.